ja servus liebe freunde und herzlich willkommen zur ersten ausgabe von soundclash hier auf meinem kanal die erste ausgabe allgemein ist ja schon beim lieben slain erschienen ja ich habe mir einen song zugeschickt und er hat ihn wunderbar bewertet ihn in seine einzelteile auseinander genommen und er hat jetzt nicht eben auch geclashed ja und hat mir einen song zugeschickt den ich jetzt mir dann anhören werde und auch bewerten werde anschließend und ja wie wir das halt so machen bei dem format hat er mir ein kurzes video zugeschickt in dem er hat ein bisschen was ja zu dem song sagt was er sich dabei gedacht hat und so weiter und schauen wir mal kurz rein so hallo lieber silenzium und noch mal danke fürs mitmachen in der ersten episode der soundclash hat ja ganz gut geklappt und hat noch spaß gemacht und hast ja auch einen ganz passenden song rausgesucht ob mein song für dich jetzt passt da bin ich gespannt ja denn heute geht es oder was heißt heute geht ist also ich ich schicke ich habe gar nicht ich habe es gar nicht geöffnet ich idiot moment ich will hier keine quatsch erzählen ich weiß nicht ob meine erinnerung noch richtig ist wo die herkommen die band ja norwegen es geht heute um eine norwegische band ja und zwar aus dem bereich folk metal schrägstrich rock und zwar die band oder der interpret harding rock ja harding rock haben nur ein einziges album 2007 veröffentlicht und sich dann wohl wieder aufgelöst ja und zwar heißt das album griemen keine ahnung ob das norwegisch ist oder was ja weiß ich nicht und ja ich gebe dir den den song den berg tikne ok also es geht halt ein bisschen in die richtung folk aber ich folk metal glaubt jetzt bloß nicht dass ihr jetzt irgendwas hören werdet in richtung in sie herum oder hier kopi klarni es ist schon spezieller ok ja das alles was ich dazu sagen kann jetzt spontan vielleicht mag der gute silenzium ja kurz noch recherchieren auf metal archives findet man was zu der band ich weiß nicht kann ja gleich mal ich kann ja selbst mal hier kurz gucken ja weiß ich nicht gut okay der da ist jemand von emperor und satyricon hier involviert namens isan keine ahnung ja ich glaube da wird euch den silenzium vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen können also dann silenzium viel spaß mit dem song und ich bin gespannt auf deine meinung das klingt doch schon mal interessant also folk vor allem im rock und mittel bereich das ist bei mir immer so ein zweischneidiges schwert es kommt ganz stark auf die jeweilige band drauf an auf den sound und wie das ganze umgesetzt ist ob mich von den melodien das ganze irgendwie mitreißt und so ja du hast ja schon einige bands hier erwähnt copy klarni en seferum beides sehr geile bands vor allem live machen die richtig spaß aber das hier geht wohl doch noch mal in eine etwas andere richtung also wahrscheinlich ein bisschen sanfter es ist ja folk rock kannst du hast du ja gesagt so ein bisschen so in diese richtung ne also ich bin echt schon gespannt ob es vielleicht auch so ein mittelalter touch hat und so ja ich habe jetzt den namen vergessen hören wir einfach mal rein ja ich werde den song natürlich unten in der infobox verlinken dann könnt ihr jetzt auf stop drücken euch den song ja anhören und dann nach der kurzen schwarz überblendung sehen wir uns wieder bis gleich ja das war also harding rock mit den berg tekne sehr interessant habe ich so auch selten gehört also es hat mich sogar schon so ein bisschen an an die schwarze szene erinnert an die gothic szene ja wo ich mich auch hier und da ja ein bisschen drin bewege rein musikalisch ist es doch so ein bisschen melancholisch angehaucht ja viel mit geige also da ist so eine geigenmelodie die sich von vorne bis hinten durch das ganze stück zieht und ich muss zugeben die ersten töne da habe ich mir gedacht ist die aufnahme kaputt oder was also es hat sich irgendwie so ein bisschen falsch angehört von den tönen herner und das ist leider auch nicht besser geworden den ganzen song über also das zieht sich wirklich komplett durch und der song dümpelt so ein bisschen vor sich hin hier und da sind halt auch ein paar gitarren dabei die das ganze halt ein bisschen rockiger machen fügt sich auch ganz gut ins gesamtbild mit ein sage ich mal also das passt schon mit den etwas härteren getan sonst wäre es ja auch ein reines volk stück gewesen so gegen ende des songs wird so ein bisschen geredet ja das das fand ich auch ein bisschen störend aber das stört mich grundsätzlich eigentlich bei ziemlich vielen songs also auch im trash metal wird das ab und zu mal verwendet diese stilmittel und das reißt mich immer so ein bisschen aus dem aus dem song raus ja also ich finde in dem song soll gesungen werden und nicht geredet aber das ist halt so eine persönliche präferenz von mir einfach nichtsdestotrotz war der song wirklich von den vocals her sehr sehr schön interpretiert schön gesungen ja mit schönen frauen stimmen auch mehrstimmig so das hat mir relativ gut gefallen nur hätte ich mir halt ein bisschen mehr abwechslung in dem song gewünscht es ist definitiv was anderes wie der gute tommy schon gesagt hat ja wie so das übliche gedöns was man so im folk metal folk rock so kennt und ja also es ist schon speziell ich denke ich denke mir gerade mittelalter fans könnten hier ihre freude daran haben und ich mache es wie slain ich nehme hier auch kein blatt vor den mund und ich muss sagen es war jetzt nicht mein fall dieser song er war interessant es war mal spannend so was zu hören in diese richtung vielleicht höre ich auch noch mal in das restliche album rein weil ich mir gerade bei metal.de auch noch die review durchgelesen habe zu dem album griemen und es war ja doch schon überwiegend positiv ausgefallen diese review also die waren voll des lobes und vielleicht habe ich jetzt so einen song erwischt der mir eher weniger gefällt ja mit den bergtegne vielleicht hat das album noch ein paar andere sachen zu bieten die mir halt mehr zusagen also mir hat wie auch schon in dem song den ich dir geschickt habe tommy so ein bisschen der höhepunkt gefehlt einfach es ist wie gesagt immer so ein bisschen vor sich hin gedümpelt und so aber ich denke mir so auf so einem mittelalter fest einfach wenn du am lagerfeuer sitzt und dir da keine ahnung irgendwas zubereitest in einem riesigen topf und alle freuen sich drauf und überall laufen sie rum in ihren wolfsfällen und so ich glaube da hast du dann deinen spaß bei sowas da ist es genau richtig ja aber ich bin dann doch eher bei so sachen wie equilibrium ja enziferum wie auch immer so solche geschichten oder auch wie hießen sie finden toll genau ja und ja also es war auf jeden fall spannend und danke für den link und wir sehen uns dann ja bei der nächsten ausgabe von sound clash ich werde mich jetzt gleich dran machen ja dem guten slain wieder meinen clash zukommen zu lassen und ja ich hoffe die erste ausgabe hat euch zugesagt bis zum nächsten mal ciao und heavy metal leute